Das Thema meines Vortrags wird um gespaltene Thematiken gehen und ich fange an mit Mahatma Gandhi, kann man nie was falsch machen, aber vielleicht kennen Sie das Zitat, um es geht. In meinem Vortrag geht es um die westlichen Werte und die westliche Zivilisation und unter besondere Berücksichtigung würde man das nennen der chinesischen Zivilisation. Und wissen Sie, weiß jemand, welches Zitat Mahatma Gandhi mit der westlichen Zivilisation jetzt kommt? Kennt das jemand? Ja, okay. Ja, genau. Mahatma Gandhi wurde gefragt von einem Journalisten, was er denn, das war etwas provokativ, es war noch zur Zeit, als er um die Unabhängigkeit Indiens kämpfte und als Rechtsanwalt in Südafrika seinen Pass verbrannt hat. Wenn Sie den Film kennen, der ist ziemlich gut, ich stelle das gut dar, wurde er gefragt, so leicht provokativ, was halten Sie denn von der westlichen Zivilisation? Und Mahatma Gandhi hat geantwortet, ich finde, es wäre eine gute Idee. Der Mann hat wirklich Humor gehabt, er hat auch gesagt, ich bin dafür, dass alle Menschen gleich behandelt werden mit einer Ausnahme von Journalisten und Fotografen. Ich weiß, was er meint. Also, das heißt, es wäre eine gute Idee und es ist eine sehr alte Idee, aber diese Idee ist die Idee einer Janusköpfigen Zivilisation. Janus, also der römische Gott, einer der wenigen römischen Götter, die es wirklich gibt, viel ist ja von den Griechen geklaut. Janus ist originär römisch, ist ihm die Figur, die in zwei Seiten, nach zwei Seiten guckt, also in die Vergangenheit, in die Zukunft, aber überhaupt immer in zwei Seiten und wir benutzen es für diese Doppelwürdigkeit. Man könnte auch sagen, Jekyll and Hyde oder in der Bibel die Schlange. Die Schlange ist auch, hat er diese Doppelgesichtigkeit. Und ich will, das wird jetzt kein akademischer Vortrag, das ist fußgängertauglich, was ich mache, weil ich davon mehr halte, dass die westlichen Werte, also wir haben einmal die Menschenrechte, habe ich geschrieben, UN-Menschenrechtscharta 1948, die stammt natürlich aus der französischen Revolution. Also die erste schriftliche Fassung der Menschenrechte, die auch fast identisch ist, ist direkt von 1789 oder 1787, also es ist, oder 91, ich weiß nicht, es gibt einen kurzen zeitlichen Unterschied, aber daher stammt das. Die Idee der Menschenrechte stammt aus dieser geistigen Strömung und sie hat gemeint ist damit, das sind die Unterbegriffe, es wird fast immer nur als Begriff verwendet, westliche Werte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und wir im Westen glauben ja, dass das gegeben ist, wenn gewählt werden kann. Wahl bedeutet Macht auf Zeit, dann kann man abwählen. Es gibt dazu das Verfahren Mehrheitswahlverfahren und das relative Wahlverfahren, dass wir kennen das, also wir, jetzt Deutsche, aber in Schweiz auch mit verschiedenen Parteien, da gibt es dann Koalitionsmöglichkeiten. Die Briten oder die Angelsachsen bevorzugen das Mehrheitswahlverfahren, wo klar ist, wenn jemand gewonnen hat, dann hat er die Macht. Er muss dann nicht hinterher jonglieren. Beide Sachen haben Vor- und Nachteile. Individualismus ganz zentral, das wird auch Thema werden, weil Individualismus ist wirklich ein westlicher Wert. Das ist bei den asiatischen Werten nicht der Fall. Das ist nicht so stark dort. Toleranz bei uns haben wir gerne auf der Fahne. War mal das große Thema Ausdrucksfreiheit. Ich habe mit Absicht Ausdrucksfreiheit geschrieben. Ich finde diesen Begriff Meinungsfreiheit nicht gut. Meinungsfreiheit hat seit der griechischen Philosophie damit Doxa, daher kommt Dogmatik, hat so einen minderwertigen Charakter. Eine Meinung ist nicht das gleiche wie eine Wahrheit. Und es geht hier eigentlich um den Kampf von Wahrheitsansprüchen. Und Ausdrucksfreiheit oder Redefreiheit, im Russischen sagt man zum Beispiel Redefreiheit, ist der bessere Begriff, weil darum geht es. Das hat Karl Popper so definiert, etwas sagen zu können, ohne sanktioniert werden zu können dafür. Also ohne bestraft werden zu können. Das heißt, dass man weder Angst haben muss, noch dass man real sanktioniert wird. Und davon sind wir zunehmend entfernt. Sie kennen Cancel Culture, einen Daniele Ganser, den ich als die lebende Schweiz bezeichne. Ein P-Snick, wie er überhaupt nur existieren kann. Ein freundlicher Mensch, der mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wird. Er hat damit so viel Verbindung wie eine Anemone oder eine Untertasse. Ja, es ist vollkommener Unsinn. Aber daran sehen Sie, es gibt keine Bremse bei diesen Behauptungen. Die Bösartigkeit hat keine Schranke, die eingehalten wird. Es gibt kein Maß dabei. Daran sehen Sie, wo das ist. Und das läuft. Ich habe eine gute Bekannte oder Freundin, Niret Sommerfeld. Hört man am Namen schon. Also die ist Deutsch-Israelin und ist zurückgekommen nach Deutschland, ist in Deutschland aufgewachsen, wollte dann unbedingt nach Israel, kam wieder aus Israel zurück, weil ihr der Staat zu militaristisch war, hat in Deutschland auch Schwierigkeiten. Und die darf jetzt als Antisemitin bezeichnet werden. Weil das ist Teil der Meinungsfreiheit nach Aussage des Gerichts. Und sie hat die eine Hälfte, hat ihre Familie, ist im Holocaust umgekommen. Aber das hat sie zu ertragen. Sie hat zu ertragen, dass man sie da so bezeichnen kann. Und das ist einfach, es gibt so einen Satz aus der Taz von früher, wer als erster Antisemit-Schreit hat, gewonnen. Und das ist inflationär gebraucht, hat auch keinen Sinn, so zu argumentieren, so zu reden, wird aber gemacht. So, jetzt diese westlichen Werte. Der Westen hat ja 1989 den Kalten Krieg gewonnen. Dazu habe ich mehrere Filme gemacht über diese Attitüde, dass man die Sowjetunion besiegt hat. In Wirklichkeit ist es ja so, dass die Sowjetunion stark geschwächt war. Und Andropov, also der ehemalige KGB-Chef, der dann Staatschef wurde, Generalsekretär, also der oberste Mann des sowjetischen Staates, ein sehr kluger Analyst hat gesagt, oder hat nicht gesagt, sondern hat festgestellt, dass die Sowjetunion vor dem Kollaps steht. Es gibt zwei Möglichkeiten, reformieren oder absterben. Und er hat dann Gorbatschow und Jelzin zum Beispiel eingesetzt. Er hat die nächste Garde Leute geholt, die die Sowjetunion reformieren sollten. Ich habe in einem Gespräch mit Egon Bahr, den ich kurz vor seinem Tod vier Stunden sprechen durfte dazu, der gesagt hat, Gorbatschow hatte ja vor, er hatte vor, die Sowjetunion wieder zur Heimstatt der Menschen, der jungen Menschen guten Willens zu machen. Er hatte vor, dass so wird wie vor 1917, wo der Großteil der Intelligenz im Westen das betrachtete als eine unglaubliche Möglichkeit, was dort kommt, also nicht unter dem Punkt des stalinistischen Terrors, den viele gar nicht wahrhaben wollten. Das hat lange gedauert, bis die westliche intellektuelle Gesellschaft das akzeptiert hat als Tatsache, dass es diesen stalinistischen Terror gab. Er, also Gorbatschow hatte vorhin gesagt, wir müssen das schaffen, dass die Leute, die an einer besseren Welt arbeiten wollen, zu uns kommen. Und das schaffen wir nur durch völlige Geistesfreiheit. Durch Geistesfreiheit, dass bei uns geredet werden kann. Jeder kann darüber reden. Und solange diese Leute, es gibt keine Strafen. Sie sehen ja auch, wie er agiert hat. Gorbatschow ist ein Mann des Friedens gewesen, zu dessen Beerdigung niemand von der deutschen Regierung gegangen ist. Das ist, ich betrachte das als Verrat. Ich kann das nicht anders sehen. Deutschland hat die Wiedervereinigung Gorbatschow direkt zu verdanken. Und er ist wirklich, es ist eine tragische Figur, weil er mit der ausgestreckten Hand gekommen ist, die ihm dann auf den Rücken in den Polizeigriff gedreht wurde. Und das ist dieses Gesieg über die Sowjetunion. Es kam Francis Fukuyama, deswegen das Ende der Geschichte, und sagte, es ist jetzt vorbei. Die parlamentarische Demokratie, der westliche Liberalismus und diese Staatsform und der Kapitalismus haben gesiegt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann welches Land auch zu diesen Formen übergehen wird. Das war die Prophezeiung. Davon hat er selber sich mittlerweile verabschiedet, hat er auch nicht funktioniert. Aber das war die Vorstellung 89. Es ist zu Ende. Also die Geschichte ist in gewisser Weise zu Ende. Es ist am Ende angekommen. Die ideale Staatsform ist gefunden und die wird umgesetzt werden. Das ist das, was unter westliche Werte verstanden wird. Und ich hatte Ihnen das bereits gesagt, die asiatischen Staaten, das fing an zum Beispiel mit Singapur, ist nicht am Anfang China gewesen, also ein chinesischstämmiger Präsident, der da eine sehr eigenständige Variante hingelegt hat, die man als autoritär auch bezeichnen kann. Aber auch der Präsident von Malaysia, alle die haben gesagt, Moment mal, diese westlichen Werte werden als universelle Menschenrechte und Menschen, also sozusagen eure Werte sollen für die ganze Welt gelten. Da sind wir nicht unbedingt dabei. Eigentlich wollen wir gar nicht dabei sein, weil wir haben ganz andere Erfahrungen mit euch gemacht, so wie Mahatma Gandhi. Und diese westlichen Werte sind nicht wirklich alle unsere Werte. Denn der Konfuzianismus, auf den ich kurz eingehen werde, ist eine ganz andere Struktur. Alles, das möchte ich auch noch sagen, alles, was Sie von mir zu China hören, ich erlebe das immer wieder, dass die Leute das zum Teil gar nicht glauben. Also wir reden über Tatsachen und diese Tatsachen werden nicht geglaubt, weil sie nicht dem Narrativ entsprechen. Das werden Sie gleich sehen. Daran hatte auch Matthew Ehret schon ein Problem, zum Beispiel, dass in China mittlerweile 60 Prozent der Bevölkerung zum Mittelstand gehören. Das wissen wir hier nicht. Es gab in der New York Times einen Artikel, The American Dream is alive and well in China. Das ist etwas, was er gezeigt hat, 40 Kilometer, 20.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsnetz, die sind dabei, Züge zu bauen, die über, die nicht über, die 1.000 Stundenkilometer fahren können, in Vakuumröhren. In 45 Bereichen der Technik sind sie in über der, bei 45 Bereichen sind sie in 37, also über 35 an der Spitze mittlerweile in der technologischen Entwicklung. Das heißt, es ist in einem ganz anderen Zustand, als wir es wahrnehmen. Mein Bruder war Flugkapitän bei der Lufthansa. Die müssen immer lernen, wenn sie irgendwo anfliegen, die Solette einer Stadt, damit sie sich optisch orientieren können. Und in Shanghai haben sie das alle Vierteljahre neu gemacht, weil die Solette sich ständig verändert hat, weil das ständig gebaut wird. Das ist, wenn sie das angucken, die haben dann Millionen Städte, die bei uns ungefähr die, also was die Einwohnerschaft von Norwegen ist, haben die als Städte, davon ungefähr 100. Ja, also das ist die Relation. Wir wissen zu wenig darüber, wir haben keine Ahnung. Und eine, Matthew Ehret und ich werden uns in zwei Wochen in Japan treffen, wo jemand, ein deutscher Geschäftsmann, der sehr viel Geld in China verdient hat, der eine Serie finanzieren will, also TV-tauglich, wird bei uns nicht im Fernsehen kommen, gehe ich nicht davon aus, die erklären soll, warum wir uns gegenseitig nicht verstehen. Weil das größte Problem ist dieses mangelnde Verständnis. Mein Prof an der Uni hatte ein Bild an der Wand, wenn man lange hinguckte, dann erkannte man durch die Nachbilder, dass da drauf stand, was uns trennt ist, dass wir nicht verstehen, was zwischen uns steht. Das ist die Sache. Alles, was ich sage, China, ich habe das vor kurzem, hatte ich einen Vortrag gehalten, da wurde dann gesagt, sie heben das in den Himmel, das tue ich nicht. Und ich sage ausdrücklich dazu, wir müssen uns mit China beschäftigen, weil es die Supermacht der Zukunft sein wird, wogegen die Amerikaner ankämpfen, mit allen Methoden zurzeit, aber es wird so kommen. Wirtschaftlich, wenn es irgendwo mit richtigen Regeln zugeht, ist das der Weg, der entkommen wird. Es wird eine Veränderung der Welt geben. Peter Scholler-Thur hat das sehr, sehr gut analysiert, beschrieben, das Ende des weißen Mannes. Ein Journalist, den ich als großes Vorbild bezeichne, weil der wirklich geschafft hat, über Jahrzehnte nie sich irgendwo anzubiedern, sondern die Sachen zu sagen, wie sie sind. Und er hat tatsächlich meistens recht gehabt mit seinen Vorhersagen, das kommt noch dazu. Und wir werden China nie nachahmen können. Das ist das Wichtigste. Das sind zweieinhalb tausend Jahre oder noch mehr Kultur, die völlig andere Wege gegangen ist. Und wir können uns damit beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Selbst falls jemand von Ihnen der Meinung ist, dass China das Modell für die deutsche Gesellschaft wäre, es würde nicht funktionieren. Wir sind nicht so. Wir kommen aus diesem westlichen Konnex und wir sollten das unbedingt erkennen. Also jeder Journalist muss ein Putin-Versteher sein, ein Xi Jinping-Versteher, ein Biden-Versteher. Also wir müssen alle diese Leute verstehen. Wir müssen sie ja nicht bejubeln, beklatschen oder sonst was. Aber wir müssen alle verstehen. Und das ist die Aufgabe für China, die wir haben als Journalisten. Und das ist einer des Problems, wenn Sie die Sachen, die ich Ihnen zeigen werde, sehen und Sie denken, das kann nicht sein, das habe ich noch nie gehört. Dann ist das Problem, dass Sie es noch nicht gehört haben. Nicht, dass das nicht stimmt. Eigentlich unglaublich. Sie können ja sagen, ich wohne ja in der ehemaligen DDR und da erzählen einem die Leute, wir wussten ja nicht, wie das ist im Westen. Ist doch lustig. Die wohnen da 100 Kilometer entfernt, die haben ihr Bild aus dem Fernsehen gehabt und sagen dann hinterher, das stimmte aber nicht. Selbe Kultur, selbe Sache, trotzdem stimmte es nicht. Und das jetzt können Sie mal oder hoch zwei oder hoch drei nehmen für die Situation mit anderen Ländern. Das kennt eigentlich jeder, der dann mit einem anderen Land zu tun hat. Das ist eines der großen Mangelerscheinungen, dass wir auch keine vernünftigen Auslandskorrespondenten mehr haben, die solche Sachen erklären können, die aus dem Konnex kommen und nicht einzelne Sachen rauspicken. Also nicht jemand, der Ihnen sagt, in Deutschland ist der Antisemitismus wieder auf dem Vorwarsch, weil Daniele Ganser durfte hier reden. Solche Storys, die dann kommen. Wir stehen, ich habe selber Philosophie studiert. Das ist der Boden, auf dem ich stehe. Das ist das berühmte Bild. Das ist Raphael, die Akademie in Athen. Und ein Mann, wo komme ich nachher noch zu? Sehen Sie mal den hier. Fällt er Ihnen auf? Kann man das sehen? Ja, ne? Das ist Imrushd Avaroes. Komme ich nachher noch dazu. Der Mann, so wichtig, dass er in dieser Akademie von Athen mit aufgenommen worden ist. Also der arabische Aristoteles Rezipient, der dafür gesorgt hat, dass Aristoteles haben wir, weil die Araber ihn aufbewahrt haben. Er ist von der arabischen Welt wieder zurück nach Europa und das war die Kulmination der arabischen Gelehrsamkeit, weil es Bagdad die wichtigste geistige Stadt des Universums gewesen ist, bis die Mongolen sie plattgemacht haben. Das kennen Sie aus Begriffen wie Chemie. Klingt, wenn Sie hinhören, Algebra, wenn Sie das hören. Also diese ganzen Astronomie, die ganzen Riegel, Betaigoys und Nadir, diese ganzen Begriffe, da merken Sie das, die waren in Navigation, in Mathematik, in den Naturwissenschaften, in der Medizin. Das ging bis ins 18. Jahrhundert. Da hat man die Schriften aus der arabischen, von den Universitäten, von Ibn Sina und Ibn Rushd, waren wichtiger als alles, was in Deutschland war. Und davor waren die Griechen. Dazwischen war lange nichts. Also das ist das, worauf wir stehen. Und das hat sozusagen diesen, das ist Sokrates, Platon, Aristoteles. Sokrates, mein Favorit. Sokrates würde ich als den ersten Journalisten bezeichnen, der auf dem Marktplatz in Athen rumlief, die Spitzname, die Stechfliege hatte und lauter Fragen gestellt hat, die keiner hören wollte und immer gesagt hat, was meinst du denn genau, wenn du sagst Wahrheit? Was meinst du denn genau, wenn du sozusagen, also das erklär das mal. Und dann im Dialog diese Sachen, es ist immer noch, für mich ist das eine Wonne, diese Sachen zu lesen. Das ist jetzt auch zweieinhalbtausend Jahre alt, macht gar nichts, ist sozusagen absolut lebendig. Und diese Attitüde hat dazu geführt, dass als Verderber der Jugend dann mit dem Schielingsbecher belohnt wurde. In Griechenland ist alles schon gedacht worden, was wir jetzt denken, sie können eigentlich kaum was Neues, selbst die Frage, selbst, also was immer so war, Sklaverei, selbst das wurde schon kritisiert, das waren die Sophisten, die sind von Platon übel angezeichnet worden. Aber Griechenland hat alles schon gehabt, dass es, wenn sie zurückgehen, unsere Wurzel, unsere geistige Wurzel liegt da, das ist das, was wir kapieren müssen. Wenn wir also über den Chinesen reden, dann ist das der Boden, von dem wir kommen, auf dem wir stehen, wird sich auch nicht ändern lassen. Und dann stellen wir fest, Matthew und ich hatten gerade ein Gespräch über einen, ich glaube, es ist ein vietnamesischer Akademiker, der beschreibt, warum Konfuzius und Platon doch sehr ähnlich sind, in der Art und Weise, was sie sagen und wie die Begriffe verwendet werden. Das ist frappierend gewesen. Das ist tatsächlich so, will ich aber nicht hin. Ich will hier keine Vorlesung halten, auch nicht so tun, als wenn ich da gut drin wäre. Konfuzius, um das einmal zu sagen, also Konfuzius, der große Unterschied ist, es ist eben nicht individualistisch. Bei uns ist alles, wenn Sie sich die juristischen Konsequenzen von unserer Werteordnung angucken, sind die, zum Beispiel das Grundgesetz, das sind alles Abwehrrechte gegen den Staat. Das ist, hier ist ihr Bereich, da drüben ist der Staat und was darf der Staat nicht machen? Ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen, niemand soll mich daran hindern können. Gibt natürlich den Verfassungsschutz oder die Antifa oder irgendwas in der Art, aber steht so drin in der Verfassung. Oder das heißt auch andere Sachen, das sind Ihre Rechte, die Sie haben, was der Staat nicht darf. Welche Auskunftsrechte Sie haben, was Sie dort machen dürfen. Das ist unsere Variante. Das Idealbild, gucken Sie sich Populärkultur an, zwölf Uhr mittags oder ein Western, das ist der einsame Mann, selten eine Frau, meistens der Mann, der sich dann erhebt und sagt, ich kann jetzt nicht anders, also eigentlich so wie Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders oder ich muss die Entscheidung treffen, wo ich mitwache, Staatsfeind Nummer eins. Also das ist, das ist auch das Lebendige an der amerikanischen Kultur. Das sind sagen, ich muss mich wehren gegen diese Übermacht von außen und das ist ein Held. Das ist immer der Held, ist derjenige, der sich allein gegen diesen Widerstand durchsetzt. Das ist auch das Idealbild des Journalisten, der sich sozusagen, der, ich bin jetzt gerade dabei, eine Firma aufzubauen, lasse ich mal weg, aber was wir machen, ist, wir machen eine Gruppe, die heißt die Ritter der Tafelrunde, die werden darüber entscheiden, wer Preise bekommt und diese Leute müssen alle zwei Eigenschaften haben. Sie müssen einen Scoop gelandet haben, also eine Geschichte, die nur sie hatten, die wirklich bedeutend war und sie müssen Schwierigkeiten gehabt haben mit ihrer Redaktion oder mit der Übrigkeit. Ja, diese beiden Faktoren. Und die müssen die durchgestanden haben. Das heißt, ihre Entscheidung muss so ausgesehen haben, dass sie gesagt hat, okay, keine Karriere, aber ich bleibe, wer ich bin. Also Glenn Greenwald geht dafür, Peter Hannam geht dafür, Christina Boyes und es gibt eine ranzige Reihe von Leuten, Journalisten, die das gemacht haben. Ein echter Journalist arbeitet so und das ist eben, man wird nicht dafür belohnt und das muss geändert werden. Ich gehe mal weiter. Also Konfuzius kann man eigentlich ganz einfach verstehen. Ich hatte einen sehr guten Philosophielehrer da drin, das war ein Jesuit, der 60 Jahre in Japan gelebt hat und der hat gesagt, das Erste, das kennen Sie von Bertolt Brecht vielleicht auch, wenn die Begriffe nicht stimmen. Also das heißt, es geht von davon aus, wenn Harmonie hergestellt wird, regeln sich die Dinge von alleine. Und das ist eben nicht der Streit, nicht ich habe Rechte dagegen, sondern man muss sich arrangieren. Und das Bild ist das Bild einer Familie. Der Vater hat den Anspruch auf Gehorsam von seinem Sohn, aber der Sohn hat Anspruch darauf, dass sein Vater in seinem Interesse mitdenkt und für ihn das Beste entscheidet. Also das ist immer eine Zweiseitigkeit. Das ist nicht, ich als Sohn habe aber das Recht, um 21 Uhr das und das zu machen, sondern es ist eine Feedback-Schleife, die entsteht, auch in der Gesellschaft. Und es ist eine Ideenwelt gewesen, die sehr viel auf Höflichkeit und Riten setzt, die sehr viel darauf setzt, dass man ständig lernt und sich selbst als Mensch vervollkommt. Insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit den Freimaurern, also die ja auch in ihrer Ursprungsform dafür sorgen, dass man ständig als Mensch an sich selber weiter arbeitet. Beim Konfuzianismus ist es so, dass wer dort in einer mächtigen Position ist, nicht nur, dass er klug sein muss. Es gibt das Satz Besteheexamen. Das hatte mir mein Prof immer gesagt. Der wichtigste Satz ist Besteheexamen. Das sind sehr schwerwiegende, also sozusagen mit einer hohen Durchfallrate, Ausfallverfahren gewesen, der klassischen Texte eines ehrenwerten Verhaltens, die Mandarine dann. Und das war eben keine Aristokratie. Es ist immer eine Meritokratie gewesen. Das heißt, die Besten haben die Posten bekommen. Das ist ein großer Unterschied zu uns. Wenn Sie in China mit jemandem zu tun haben, der oben, auch in der kommunistischen Partei eine hohe Position hat, ist das immer konfuzianisch geprägt. Jemand, der bewiesen hat in der Praxis, sie kommen dort nicht in eine Position, wenn sie nicht Verwaltung gemacht haben für eine Fünf-Millionen-Stadt und das sehr gut funktioniert hat. Eine Annalena Baerbock wäre in China nie Außenminister geworden. Es gibt eine vergleichende Studie von Dänemark und China über den Intelligenzquotienten. Die lasse ich weg, weil das für uns nicht so gut aussieht. Das hat Jeffrey Sachs in einem Vortrag gesagt, wo er über Aristoteles und Konfuzius, Jeffrey Sachs übrigens einer der ehrenwerten Männer aus unserer Zivilisation, der gesagt hat, immer wenn ich mit Chinesen rede, zu tun habe, sind das Leute, die exzellent ausgebildet sind. Einige von ihnen sind sogar meine Studenten gewesen. Und was wir machen, ist sie anzuschreien und ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Denken Sie daran, das ist das Prinzip, das konfuzianische Prinzip ist, dass dort aufsteigen Leute, und zwar diese beiden Sachen, sowohl fachlich gut, bei uns würde man sagen Fachmann oder Fachfrau, aber auch im Konfuzianischen, dass sie als Person, also als Mensch, sich ständig weiterentwickeln. Also eine, und das ist nicht, wie bei uns jetzt lächeln der Chinesen und im Hintergrund kommt er mit dem Messer. Es ist eine Sache, Sie werden es sehen, es funktioniert sehr gut. Es gibt einen wunderbaren Vortrag von einem chinesischen Venture Capitalist, also jemand, der Risikokapitalunternehmen unterstützt, Startups, das kann ich Ihnen empfehlen. Li, jetzt komme ich nicht auf einen Namen, Link kann ich Ihnen auch nicht geben, ich gucke hinterher nochmal nach. Also der hat nur 20 Minuten, einen TED-Vortrag, und der sagt, das ist bei uns, Sie glauben, wenn Sie wählen dürfen, ist das geregelt. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie wählen, nach vier Monaten sagen Sie, das ist ja unerträglich, beim nächsten Mal wähle ich jemand anders. Und so laufen Sie von einer Enttäuschung in die nächste, aber es ändert sich nichts und es wird nichts besser. Und die Leute, die rankommen, sind keine guten Politiker. In China ist das so, chinesische Regierung gibt sehr viel Geld für Umfragen aus. Die wollen ständig wissen, wie kommt das an, was wir machen? Daraus kommt eine hohe Zufriedenheit der Bevölkerung mit den Regierungsmaßnahmen. Jeder bei uns in Deutschland kennt die Sozialpunkte in China. Ich habe jetzt bei mehreren Gesprächen ausprobiert, die Chinesen kennen das gar nicht alle. Ja, das ist nicht das Thema bei denen. Ist auch aus der Ideologie kein Thema. Für uns ginge das nicht. Für uns ist das ein sozusagen Eingriff. Kommt bei uns übrigens auch. Und wenn Sie, ich habe für meine Tochter, meine jüngste Tochter, wollte eine Wohnung haben in Berlin, WG, sechs Mädchen, Studenten. Was muss ich machen? Ich muss meinen Einkommenssteuernachweis beim Vermieter hinlegen, mit Schufa-Auskunft. Was bitte ist das anderes? Ja, nur privatisiert. Das ist doch nicht so. Also sozusagen, wo sind die Unterschiede? Für Chinesen ist es so, die sind übrigens meistens dafür, weil es gibt, China hat eine ganz andere Ethik, wenn sie nicht innerhalb eines Kreises sind, also Familie oder in Arbeit und lange mit jemandem zusammenarbeiten, so ist das geregelt. Wenn Sie auf der Straße einen Unfall haben, haben Sie vielleicht Pech, da wird niemand Ihnen helfen. Das ist anders, es funktioniert anders und das, weil das so ist, sind auch Wirtschaft, geht es um Erfolg und um praktisch, pragmatische. Das ist amoralisch, nicht unmoralisch, sondern amoralisch. Und dann gibt es Leute, die versuchen, Sie über den Tisch zu ziehen, intern. Die bezahlen, die haben jetzt Krankenversicherung, Rentenversicherung, haben Sie angefangen. Das zahlen die Unternehmer nicht und dann hauen die einfach ab. Und über diese, über die Sozialpunkte können die dann keine Bankkonten mehr aufmachen und nicht mehr reisen. Deswegen sind viele von den Chinesen dafür. Bei uns würde niemand, oder nicht niemand, aber die wenigsten wären dafür. Das ist etwas, was uns widerstrebt, ist aber in der Gesellschaft eine Möglichkeit. Aber es ist, denken Sie an die Harmonie, es ist zum Beispiel auch so, dass der Kaiser hatte die Aufgabe, die Harmonie mit dem Himmel herzustellen. Und wenn der Kaiser das nicht geschafft hat, Hungersnöte kamen, Fehlernten, dann war er fällig. Dann musste jemand anders kommen. Der ehemalige Chefwissenschaftler der US Navy, ein sehr interessanter Mann mit drei Doktortiteln in ganz verschiedenen Bereichen von internationalem Seerecht über Geschichte und Nuklearphysik, der hatte mitgearbeitet an der Mutual Assured Destruction. Also die Aufgabe war, eine Abschreckungsideologie zu entwickeln, die funktioniert. Das Problem war, dass man den Russen nicht vertraute, also den Sowjets und die Sowjets uns auch nicht. Wie kommt man dazu, eine Regel aufstellen zu können, die von beiden eingehalten wird, wenn man nicht glaubt, dass die andere Seite sie einhalten wird. Und die Lösung war, das ist wirklich gesagt, wir sind beide rational. Wir argumentieren und denken beide, wir kommen aus dem Rationalismus und wir sind keine Selbstmörder. Wir sind keine Dschihadisten mit Sprengstoffgürtel um den Bauch. Also das heißt, wenn wir das so machen, dass wir uns beide zusichern, dass wir uns gegenseitig vernichten können und wir nichts unternehmen, um diese gegenseitige Vernichtung durchführbar zu machen. Mutual, gegenseitige, zugesicherte Vernichtung. Und dann eben sagt, okay, wer als erster schießt, stirbt als zweiter, aber er wird auch sterben. Das wird keiner freiwillig tun. Da wird man rational genug sein, das bleiben zu lassen. Und dann wird gesagt, so haben wir mit den Sowjets verhandelt, dass es natürlich Nachteil ist. Es ist eine Unendlich-Geschichte und irgendwann, wenn es schief geht, nicht mehr gut und ein Fehler reicht. Aber es ist eine Logik gewesen, wenn man kam. Und er sagte, als wir überlegt haben, haben wir gesagt, die Russen schrecken wir ab über den Krieg. Die Russen, 27 Millionen Tote, haben Angst vor Krieg. Die Chinesen haben Angst vor Hungersnöten. Da machen wir Biowaffen und Wettergeschichten. Ja, das ist so, um auch zu sehen, diese, die große Angst, womit man abschrecken kann, die Nicht-Einhaltung, dass die, dass die Regierung nicht in der Lage ist, für, Gott ist das spät, ich muss schneller werden, die nicht in der Lage ist, für die Bevölkerung zu sorgen. Ich will Ihnen jetzt ein paar Sachen, Schweinsgalopp, Kolumbus und Bartholomé de las Casas. Ja, das sind schon ein paar mehr. Okay, aber immer noch wenig genug, damit es sich lohnt, das zu sagen. Sie wissen, Kolumbus fährt dann nach Amerika und in Wirklichkeit geht es darum, dass er, er sollte Gold besorgen und dann kam er dahin und kam in die Karibik, haben sie nicht viel Gold gefunden und dann fing er an, die Sklaverei dort aufzubauen, was auch nicht funktioniert hat, weil die Indianer, Indianer, so nennen wir das, eine der dümmsten Wörter der Weltgeschichte, die Indianer aufgrund seines Irrtums, also die Ureinwohner dort nicht geeignet waren, in den Minen zu arbeiten. Die sind krank geworden, die haben Infektionskrankheiten, die sind wie die Fliegen gestorben. Man geht davon aus, von einer Million Einwohner waren am Ende, so schreibt das de las Casas, noch 100.000 da in Kuba. Also das ist furchtbar. Und dann hat man die Schwarzen geholt, weil die Schwarzen waren dann widerstandsfähiger und so haben die ihre Karriere als Sklaven beginnen können. Das war Kolumbus. Kolumbus hat auch gesagt, als er das erste Mal auf der Karibikinsel war bei den Tainu, das sind wunderbare Menschen. Ich mache das jetzt, das ist nicht übertrieben, was ich sage. Sie sind ohne falsch, sie können nicht lügen, sie kommen mit Geschenken, sie sind ehrenwert. Wir werden sie unglaublich leicht versklaven können, weil sie sich nicht wehren werden. Das ist westlicher Wert, Kolumbus, wie der kam. Deswegen hassen ihn die nordamerikanischen und südamerikanischen Ureinwohner. Können sich im Internet angucken. Der Kolumbus Day, wenn der gefeiert wird, die haben eine eigene Ansicht dazu, wer dieser Kolumbus war. Er war ja der Ausführer der Politik. Es ging darum, da waren die Muslime auf dem europäischen Festland und die haben Krieg geführt und die spanische Krone war pleite und er hat gesagt, ich habe eine tolle Idee, wie wir an Geld kommen können und die haben diesem Hasardeur das ermöglicht, weil es könnte ja sein, dass er Gold findet. So ist die Ursprungsgeschichte, warum Kolumbus, also ein Italiener, losgeschickt wurde und de las Casas war ein Dominikanermönch, der mitgefahren ist, der zum Beispiel in Kuba mit dabei war, auch später in Südamerika, der erste Whistleblower, so wie ich das kenne, der Weltgeschichte, der hingegangen ist und gesagt hat, es ist ein unglaubliches Verbrechen, was dort mit den Menschen getan wird. Das wollte ich auch nochmal zeigen zum Thema China. Und diese beiden Schiffe, die Sie sehen, sind zur gleichen Zeit, ungefähr zur gleichen Zeit, Abstand 50 Jahre, gebaut worden. Vorne die Santa Maria und hinten, das ist ein sogenanntes Schatzschiff des Admirals Seng He. Seng He ist mit einer Flotte von mindestens zehn dieser Schiffe bis zu 100 Meter lang. Bei uns sagt man, mehr als 70 Meter geht nicht, aber also von dieser Schiffe mit zwölf Masten, mit Schotten abgeteilt, mit Astronavigation, mit Kompass-Navigation. Also technisch brauche ich Ihnen nicht erklären. Wenn Sie das sehen, wissen Sie, wer mehr Ahnung davon hat. Diese Flotte ist gebaut worden, die fuhr auf jeden Fall bis nach Kenia, die haben eine Giraffe gebracht, vielleicht sogar auch bis nach Australien und haben das ganze südchinesische Meer und die Umgebung abgefahren im Auftrag des Kaisers, um zu sehen, ob irgendwo ein Reich da ist, was China gefährlich werden könnte. Es war also eigentlich eine Geheimdienstaufgabe. Die Schiffe hatten Geschenke mit dabei, da fuhr man dann rein und zeigte durch die Geschenke und durch die Schiffe, 200 Schiffe, 200, nicht 200 solche, aber eine Flotte von 200 Schiffen, fahren da hin und sie machen nichts, erobern niemanden, gucken, kommen zurück und sagen, ist keiner da, der uns gefährlich werden kann. Dann wird die Flotte abgebrannt. Ja, das ist der Unterschied. Gucken Sie sich an, Kolumbus fährt hin und dann kommt die ganze Geschichte mit Südamerika. Brauche ich Ihnen nicht erklären. Also sozusagen die Ausplünderung. Das ist einer der großen Unterschiede. Für die Chinesen ging es immer darum, zu verhindern, dass die Barbaren reinkommen. Nicht, dass man sozusagen überall hinfährt und das holt, sondern deswegen die große chinesische Mauer, das zu bauen, um zu verhindern, dass man attackiert wird oder dass man Mongolen, die haben es geschafft, die haben das mal geholt. Aber das ist das chinesische Denken gewesen, immer. Also das sind keine, ein CIA-Pilot hat mir mal gesagt, bei einem Interview, der war verheiratet mit einer Chinesen, sagt, the CIA understands shit about China. Braucht man, glaube ich, nicht übersetzen. Er hat gesagt, die kapieren nicht, dass das Händler sind. Das sind in erster Linie Händler. Es sind keine Krieger. Es sind keine Eroberer. Wenn sie erobert werden, dann über Handel. Das ist das, was geht. Und das kann sie sagen, also de las Casas, das ist auch westliche Kultur, aber eben jemand, de las Casas hat zum Schluss ein Inquisitionsverfahren gehabt. Er hat es immer wieder geschafft, sich da raus zu bewegen. Er ist nicht verbrannt worden. Er hat ziemliche Posten gehabt. Also das ist interessant. Unsere Geistesgeschichte in dieser Zeit ist dann doch so, dass, also sozusagen unter diesem, er ist vom Dominikanerorden ausgeschlossen worden. Aber er hat, er ist sozusagen, er hat auch Wirksamkeit entfaltet. Und das sind einige Zitate. Mit welchem Recht und welcher Gerechtigkeit haltet ihr diese Indios in einer so grausamen und schrecklichen Knechtschaft? Mit welchem Befugnis habt ihr diese Völker blutig bekriegt, die ruhig und friedlich in ihren Ländern lebten, haben sie in ungezählter Menge gematert und ermordet? Ihr unterdrückt sie und plagt sie, ohne ihnen zu essen zu geben und sie in ihren Krankheiten zu heilen, die über sie kommen durch die maßlose Arbeit, die er ihnen auferlegt. Und sie sterben oder besser gesagt, ihr tötet sie, um Tag für Tag Gold zu gewinnen. Also klarer kann man es nicht ausdrücken, glaube ich. Das ist, diesen Mann möchte ich gerne, dass er bekannt ist, Bartholomite des Casas, ein absolut Ehrenwerter. Und das ist auch praktisch, praktisch umgesetztes Christentum. Die anderen Zitate, da schreibt er über sich selber. Jeden Tag mehr verfestigt sich in ihm Las Casas. Er schreibt über sich selber die Überzeugung, dass alles, was man den Indios in diesen Ländern antat, ungerecht und tyrannisch war. Den kennen Sie wahrscheinlich auch nicht. Hatoué, das war ein Katsike, also ein Häuptling auf Kuba. Und als die Spanier kamen, er war wahrscheinlich der Klügste von denen, hat er gesagt, wir müssen gegen die kämpfen. Die werden versuchen, uns zu erobern und die haben nur Schlimmes mit uns vor. Er ist rumgefahren, hat versucht, Leute zu finden, die mit ihm kämpfen wollten. Das hat fast nicht gelungen, weil die Leute so waren, wie Kolumbus beschrieb, friedlich, ohne falsch. Ja, das ist ja mein Lieblingszitat aus der Bibel. Denn siehe, ich habe euch wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und das waren, sie waren nur ohne falsch wie die Tauben, nicht klug wie die Schlangen. Also haben nicht auf Hatoué gehört. Hatoué ist gefangen worden von den Spaniern und sie haben ihn dann verbrannt. Und in Kuba gibt es Denkmäler für ihn. Es gibt auch eine Zigarre, die dort hergestellt wird mit seinem Kopf drauf. Und der hatte gesagt, das hat de las Casas beschrieben, was er gesagt hat. Das ist zum Beispiel das hier. Er hat eine Rede gehalten, ist hingegangen. Hier ist der Gott, den die Spanier anbeten. Dann hat er ein Stück Gold in der Hand. Für ihn kämpfen und töten sie. Für ihn verfolgen sie uns und deshalb müssen wir sie ins Meer werfen. Sie sagen uns, diese Tyrannen, dass sie einen Gott des Friedens und der Gleichheit anbeten, westliche Werte, auch wenn sie noch nicht Ausklärung sind. Und doch stehlen sie unser Land und machen uns zu ihren Sklaven. Sie sprechen zu uns von einer unsterblichen Seele und von ihren ewigen Belohnungen und Strafen. Und doch rauben sie unsere Habseligkeiten, schänden unsere Frauen, vergewaltigen unsere Töchter. Unfähig, sich unserer Tapferkeit zu stellen, bedecken sich diese Feiglinge mit Eisen, dass unsere Waffen nicht durchbrechen können. Damit ist er losgegangen und dann, als er hingerichtet wurde, kam ein Dominikanermönch, der ihn überreden wollte, zum Christentum überzutreten, damit er in den Himmel kommen kann, nachdem er verbrannt worden ist. Das war ja übrigens immer die Sache, die Seele zu retten und den Körper zu verbrennen. Und dann sagte Hathaway, fragte auch von de las Casas, nachdem er ein wenig nachgedacht hatte, den Priester, ob die Spanier in den Himmel kämen. Der religiöse Mann antwortete mit ja. Also er hat noch gesagt, wenn sie gute Christen sind, fehlt hier. Der Katsike sagte dann, also der Häuptling, ohne weitere Gedanken, dass er nicht dorthin gehen wollte, sondern in die Hölle, nur um nicht dort zu sein, wo die waren und damit er keine so grausamen Menschen sehen würde. Und dann sagte las Casas, das ist der Ruf und die Ehre, den Gott und unser Glaube von dort erworben haben. Ja, also das ist die sozusagen westliche Werte und wer vertritt das? Wie ist die Rezeption? Wer hat es getragen? Jetzt kommen wir weiter. Ich mache das schnell jetzt. Hugo Grotius, wer das kennt, wer Jura studiert, internationales Seerecht. Ich bringe das, weil das ist jetzt ein großes Thema zwischen USA und China. Die Freiheit der Meere, das ist von Grotius programmiert worden in einer Schrift, habe ich an der Uni gelernt und dachte, toll, der macht sich Gedanken. Also das Meer ist frei. Jeder kann darauf fahren. Wir haben dann diese Dreimeinzonen, wir haben jetzt die 200-Meinzonen, die Wirtschaftszonen. Das ist nachträglich gemacht worden. Die Regel ist aber, das Meer ist von allen zu benutzen. Es gibt keine Abschnitte, die sich jemand unter den Nagel reißen kann. Und jetzt sagen die Amerikaner im südchinesischen Meer, wir können hier überall rumfahren. Zum Beispiel in der Straße von Malacca kommt noch. Und wie ist das zustande gekommen? Ich bin fast umgefallen. Das hat mir ein Bekanter, ein Professor für internationales Recht vor ungefähr zehn Jahren geschickt. Das war so. Im Morgengrauen des 25. Februar 1603 beschlagnahmten drei Schiffe der niederländischen Ostindien-Kompanie, also einer privatwirtschaftlichen Vereinigung, so wie die Hanse, die Santa Catarina, eine portugiesische Handelscharacke. Es war eine so reiche Beute, dass der Verkaufserlös das Kapital der VOC verdoppelte. Ja, das ist die Zeit, das Beginn des Zeitalters der Piraten. Damals gab es, die Engländer sagen Privateers, sie können es für Francis Drake vielleicht aus der Fernsehserie ihrer Jugend, falls sie das damals geguckt haben. Also die Könige haben Leute dafür bezahlt, dass sie klauen im Auftrag und sie waren gedeckt. Das waren keine allgemeinen Piraten, die gab es dann auch. Die haben zum Beispiel auf den Bahamas, haben die eine eigene Republik gegründet. Die Kapitäne wurden gewählt. Da gab es eine Krankenversicherung für die Leute. Das ist eine ganz erstaunliche Geschichte, diese Piratenrepublik. Nassau-Bahamas war der Standort, wo die waren. Lass jetzt mal weg, da ist sogar einiges in die amerikanische Verfassung von eingeflossen. Gab es Frauen, die Chefs waren bei diesen Piraten. Anne Bonny zum Beispiel. Aber lass ich jetzt weg. Also hier Hugo Grotius. Und der Punkt ist, dass damals der Papst hatte die Welt aufgeteilt. Südamerika, die eine Hälfte gehört den Portugiesen, das ist heute Brasilien und die andere Hälfte den Spanien. Den Indianern gehört natürlich gar nichts darüber. Also den Leuten, die dort waren. Und jetzt kamen die Holländer, haben gesagt, auch ein Stück vom Kuchen. Ich will auch etwas haben. Deswegen fahren sie los und kapern diese Schiffe. Und die Spanier gehen vor Gericht und sagen, wir verfahren in Holland. Das ist Piraterie, was ihr macht. Und dann brauchen die jemanden, der ihnen die Geschichte schön schreibt. Ein juristisches Konstrukt dafür produziert, mit dem die sich vor Gericht verteidigen können. Weil diese drei Schatzschiffe, die sie gehabt haben, die 50 Prozent ihres Erlöses überstiegen haben, wollten die nicht weggeben. Und das macht Grotius als junger Mann, der ist da 22 oder 23, liefert ein Pamphlet, klug, aber es ist eine Auftragsarbeit, um Piraterie zu rechtfertigen. Das ist der Anfang von unserem Seerecht. Westliche Werte wieder. Also das muss man aber, man kann das lesen, wenn man reingeht. Aber wenn sie an ich, wie ich an der Uni das gehört habe, hat mir keiner diese Geschichte erzählt. Sondern da war es der ehrenwerte Grotius, der die Regeln für das Seehandel aufgestellt hat. So, jetzt haben wir John Quincy Adams, das mache ich auch kurz. Präsident, Außenminister unter Präsident Monroe. Und der hat diese Schrift hier gemacht, die ich Ihnen gerne vorlesen würde, aber das wird zu lang jetzt. Was da drin vorkommt, das ist berühmt geworden, Amerika geht nicht in andere Länder in der Suche nach Monstern, auch Ungeheuren, die es zerstören kann. Was er dort sagt, das ist hier, ich habe es übersetzt, eine sehr schönes und pathetische Schrift, wo er sagt, wir sind die Heimstatt der Freiheit und wir laden alle ein, die die Freiheit suchen und brauchen, zu uns zu kommen. Aber wir werden nirgendwo hingehen und mit Waffengewalt sie durchsetzen. Wir lassen diesen blutgetränkten Kontinent Europa hinter uns und wir werden dort auch nicht eingreifen. Wir sind damit zufrieden, dass wir in unserem Land das so machen können, dass die Freiheiten, die wir, die haben ja die französische Revolution ohne Blutvergießen umgesetzt. Da muss man immer dran denken. Also da gab es nicht die rollende Guillotine. Die Amerikaner haben das geschafft, vorher dieselben Regeln eigentlich umzusetzen mit dem Unterschied der Sklaverei. Sklaverei gab es ja. Alle Leute, die diese Unabhängigkeitserklärung unterschrieben haben, hatten Sklaven. Okay, aber das haben sie gesagt. Und dann kommt, das ist James Quincy Adams, 1821, schreibt diesen wunderbaren Text. Wo immer die Fahne der Freiheit und Unabhängigkeit entrollt wurde oder wird, dort wird ihr Herz, ihr Segen und ihr Gebet sein. Aber sie geht nicht ins Ausland, um nach Ungeheuren zu suchen, die sie vernichten kann. Sie ist die Wohltäterin der Freiheit und Unabhängigkeit aller. Sie ist die Verfechterin und die Verteidigung nur der Iren. Das lasse ich mal dabei. Das ist der Text. Und dieser selbe Mann, John Quincy Adams, schreibt dann zwei Jahre später die Monroe-Doktrin. Das ist der Anfang des amerikanischen Imperialismus. Die Monroe-Doktrin besagt, dass die Amerikaner keine Einmischung der alten europäischen Kolonialmächte in Südamerika akzeptieren. Da geht es nämlich los, dass die anfangen, Simon Bolivar, dass die anfangen, selber unabhängig werden zu wollen. Und dann sagen die Amerikaner, nee, nee, nee. Also wenn jetzt Europäer zurückkommen, die Spanier zurückkommen, dann gibt es von uns militärische Aktionen. Denn Amerika wird von uns als Einflussgebiet wahrgenommen. Wir machen nichts in Europa. Wir gehen nicht nach Europa, aber Europa hat da rauszubleiben. Und wenn die kommen, Militär, Militäraktion. Und das wird im Laufe der Zeit weiter ausgearbeitet. Die Monroe-Doktrin geht noch immer, ist mittlerweile hochgradig verlogen. Dann kommt eben 1904, kommt Theodor Roosevelt. Das ist nicht Zweiter-Weltkriegs-Welt, sondern Teddy Roosevelt, Großwildjäger, der sagt, fortgesetztes Unrecht kann in Amerika und anderswo schließlich das Eingreifen einer zivilisierten Nation erfordern. Unter der westlichen Hemisphäre werden die Vereinigten Staaten, da sie auf dem Boden der Monroe-Doktrin stehen, dazu gezwungen sein, in Fällen, in denen eine Regierung solches offensichtliche Unrecht begeht oder nicht imstande ist, es abzustellen. Die Rolle einer internationalen Polizei, haben Sie schon mal gehört, der Weltpolizist, werden auch noch so widerstreben zu spielen. Und wenn Sie jetzt gucken, nach 1945 sind es 225 Militäreinsätze von den USA, kein Jahr mehr ohne Krieg. Ich habe mal gelesen, seit der Unabhängigkeit, also 1789, seit 1776 hat es kein Jahr gegeben, wo sie nicht in dem Krieg waren. Also auf jeden Fall sagen wir seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend. Im Ersten Weltkrieg beginnt das mit der Einflussnahme. Sie können ja, wenn Sie es so wollen, können Sie sagen, die Engländer sind die große Macht bis zum Ersten Weltkrieg und danach übernehmen das die Amerikaner. Die Engländer gewinnen immer die Kriege, Ersten Weltkrieg gewonnen, danach keine Hypermacht mehr, also die Rolle, die vorher die USA hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg keine Großmacht mehr. Und das geht über auf die Amerikaner. Also die Engländer haben dann ganz schlechte Karten gezogen dabei. Also das ist die Grundlage davon, auch das auf dieser merkwürdigen Sache. Aber es ist, Quincy Adams ist derjenige, wenn Sie den Film Amistat kennen von Steven Spielberg über den spanischen Sklavenhandelsschiff, wo die einen Aufstand der Sklaven gibt, die sich befreien und die kommen in die USA und kommen dort vor Gericht. Und Sie schaffen es vor Gericht in den USA, wo es Sklaven gibt. Kommen Sie in die Freiheit zurück, in andere Länder, wo Sie nicht als Sklaven gehandelt werden können. Und der Anwalt, der Sie vertreten hat, war John Quincy Adams wieder. Also das ist sozusagen diese Doppelgesichtigkeit. Also er sorgt dafür, er ist kein Vertreter der Sklaverei. Er ist strikt dagegen. Er gehört zu den Federalists, also als politische Richtung damals. Aber das ist die Doppelgesichtigkeit der USA dort. Und die sehen Sie besonders schön hier. Das ist der mexikanisch-amerikanische Krieg. Und den sehen Sie unten grün. Das war mal Mexiko. Und dann sehen Sie, Sie wissen heute, wo die Grenze ist. Das haben die Amerikaner sich in einen Krieg genommen, nämlich in diesem Krieg 1846 bis 1848. Und haben sich ein Drittel des Staatsgebiets, etwas mehr sogar, unter den Nagel gerissen. Und der krasseste Fall in dieser Zeit, Sie sehen Sie die Gebiete, Sie hören das auch heute noch an den Namen. Nevada, Colorado, Sierra Nevada ist eine Landschaft, Kalifornia, auch Florida. Ja, da sehen Sie, hören Sie an den Namen schon, was da mal war. Jetzt ist aber das Wahnsinnige ist, dass die Mexikaner waren fortschrittlicher als Staaten, als die Amerikaner. In Mexiko gab es keine Sklaverei. Die waren geprägt von Simon Bolivar. Und jetzt gibt es den krassesten Fall, das ist Texas. Texas hört man auch, ist auch mexikanisch gewesen. Texas gibt es ganz viele Einwanderer aus den USA. Quasi die Situation heute nur umgedreht. Die wandern ein, gehen da hin und fangen an, landwirtschaftliche Güter aufzubauen. Der Chef von denen ist Austin. Austin, Texas ist die Hauptstadt. Also ich mache es kurz. Die Amerikaner kommen hin und sie führen die Sklaverei wieder ein in Mexiko. Sie nehmen sich Texas. Sklaverei wird wieder eingeführt. Und sie können viele, viele Filme darüber sehen. Zum Beispiel John Wayne in Los Alamos, wo sie die Heldenversion, wie die Amerikaner sich wehren gegen diese Untermenschen. Mexikaner mit Zahnlücken, dick, Sombreros, unrasiert. Und die werden dann von den großartigen Amerikanern heldenhaft in diesem Vor. Laramie, diese ganzen Namen, haben sie alle schon mal gehört. Schaffen sie es gegen die Mexikaner anzutreten. Sie haben einfach den sozusagen den Rückschritt dort wieder eingeführt. Mexiko war deutlich weiter. In Mexiko kennen das auch viele, diese Geschichte. Das heißt, in der Schule wird sie beigebracht. Aber wir kennen sie nicht. Westliche Werte. Und es war zu sagen, dass es auch um zur Verteidigung der westlichen Werte wird dann die NATO gegründet. Und auch da geht es gleich mit einer Doppelgesichtigkeit los, weil wir haben Griechenland und die Türkei. Die waren nie Teil dieser... Also Griechenland ist ja von den Türken besetzt gewesen, vom Osmanischen Reich. Und Portugal war eine Militärdiktatur. In Griechenland ist eine Militärdiktatur errichtet worden mithilfe der NATO. Also westliche Werte war Geopolitik, hat man sich das geholt. Aber es war nie ein einheitlicher Werteraum. Also die NATO, die die westlichen Werte vertritt, ist selber nicht Teil dieser westlichen Wertegemeinschaft oder hat es geschafft, sie in sich durchzusetzen. Sie haben auch überhaupt in der Welt nie dafür gesorgt, dass eine Gruppe idealistischer Studenten die Regierung übernommen hat, in Chile zum Beispiel, um die Demokratie einzuführen. Sondern sie haben immer mit irgendwelchen miesen faschistischen Diktatoren zusammengearbeitet oder haben dafür gesorgt, wenn Mossadegh des Erdöl benutzen wollte, um seine eigene Bevölkerung mit Bildungseinrichtungen zu... Also überhaupt, um das Geld aus dem Ölhandel für die eigene Bevölkerung zu verwenden, ist er mithilfe der Amerikaner weggeputscht worden. Die Initiatoren waren die Briten damals, ja? Also British Petroleum Company. Aber das sehen Sie, das autoritär regierte Portugal war ein Gründungsmitglied. Die undemokratischen Strukturen der Türkei standen nicht ihrer Aufnahme im 1952 im Weg. Und jetzt wird diese nordatlantische Treaty, also Organisation, wird im südchinesischen Meer eingesetzt werden. Unter anderem auch mit deutscher Hilfe. Also das nordatlantische Friedensbündnis wird dann die Rolle des Weltpolizisten von Roosevelt im südchinesischen Meer ausfüllen. Wir waren schon dort mit Schiffen, ja? Wir haben schon vier Jäger-90-Taifun-Piloten sind ausgebildet worden, um dort teilzunehmen. Das sollten Sie aber wissen. Ho Chi Minh. Wenn Sie auf diesem Foto gucken, dann sehen Sie, das hier ist Ho Chi Minh. Ja? Sehen Sie es? Dieser dunne Mann, der es hat überlebt, weil der Mann daneben, ein OSS-Agent, ein amerikanischer Agent, ihm geholfen hat mit Malaria-Medikamenten. Ho Chi Minh war kurz vorm Sterben. Und dieser Mann hier in dem weißen Anzug ist der spätere General Diab, sagen die Vietnamesen. Der Mann, der die Amerikaner aus Vietnam rausgeschmissen hat. Die waren Viet Minh, also Unabhängigkeitsbewegung für Vietnam. Das Ziel von Ho Chi Minh und seinen Leuten war Unabhängigkeit für Vietnam. Und die Amerikaner, das sind die drei, also hier, das ist ein OSS-Mann, das ist ein weiterer und hier sind andere, die mit den Amerikanern sind, keine Amerikaner. Aber es sind drei Agenten gewesen, die in dem unbedeutenden Land Vietnam gesagt haben, General, also Ho Chi Minh will unbedingt Unabhängigkeit, um von den Franzosen loszukommen. Und die Amerikaner machen einen Deal mit ihm, wenn du uns hilfst. Wir bilden dich aus. General Diab war Geschichtslehrer. Der hat als erstes, als man ihm einen Minenwerfer gezeigt hat, in das Loch reingeguckt und wollte ihn auslösen. Er hat keine Ahnung von Waffen gehabt, sind aber ausgebildet worden und die Amerikaner waren begeistert, wie schnell die Vietnamesen kapieren, wie gut sie lernen, konfuzianisch geprägt, wie sehr sie sozusagen auf Bildung reagieren. Und die haben, beide Seiten haben sich immens geschätzt. Sowohl die OSS-Offiziere, die Vietnamesen, als auch umgekehrt. Und dann war die Abmachung, wenn die ihnen helfen, gegen die Japaner, die das Vietnam besetzt hatten. Frankreich war ja Vichy, Frankreich ist ein bisschen komplex, ja. Frankreich war geteilt und die Japaner haben erstmal nichts gemacht, aber 1940 haben sie Vietnam besetzt. Und dann war, wenn sie Vietnam, also wenn Ho Chi Minh hilft, gegen die Japaner zu gewinnen, dann wird Vietnam unabhängig. Und das haben die amerikanischen Offiziere ihnen versprochen. Und als es dann soweit war, am 2. September 1945, wird die Kapitulation unterzeichnet von Japan auf dem Schlachtschiff Missouri. Da steht Ho Chi Minh in Hanoi auf dem Balkon, neben ihm die OSS-Offiziere und er verließ die vietnamesische Unabhängigkeitserklärung. Und die beginnt mit den Worten, all men are created equal, they are endowed by their creator with certain inalienable rights among them, life, liberty and the pursuit of happiness. Wer es kennt, das ist der Anfang der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Und dann bezieht er sich auf die Menschenrechtserklärung von 1789. Ho Chi Minh. Und er möchte unbedingt ein Freund der Amerikaner sein. Die beschreiben das. Es gibt eine wunderbare Doku, Uncle Sam und Uncle Ho. Da sind alle drei OSS-Agenten sind drin und erzählen. Und da sagt einer, er kriegt eine Anforderung von Washington, soll fragen, ob Ho Chi Minh Kommunist ist. Und dann fragen sie ihn. Und er sagt, ja, ich bin ein Kommunist, aber wir können doch Freunde sein. Ihr seid doch auch mit der Sowjetunion Freunde. Und die sind die ganze Zeit, und die Vietnamesen haben eine Hochachtung vor den Amerikanern, weil die Amerikaner haben es ja geschafft, die Kolonialmacht England rauszuschmeißen und sind eine Macht geworden. Deswegen werden sie doch verstehen. Und der Ho Chi Minh fragt, was ist der Unterschied zwischen mir und George Washington? Das fragt er seine amerikanischen OSS-Offiziere. Er appelliert also an die Werte, die in ihrer Verfassung stehen, um zu sagen, wir wollen genau das Gleiche. Wir wollen eine Unabhängigkeit und wir möchten eure Freunde sein. Das ist eine der wahnwitzigsten Wolken in der Weltgeschichte, dass die Leute, die unbedingt mit den Amerikanern befreundet sein wollten, dazu gezwungen werden, in den Krieg mit ihnen einzutreten. Das hat Ho Chi Minh lange versucht zu vermeiden. Kennen wir auch nicht. Ist auch wieder eine Frage sozusagen. Ich meine, das ist jetzt mit den Anfang der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung in der, das ist ja fast ein Theaterstück, was ich in ihr vortrage. So, dann da auch noch weiter. Die Opiumkriege. Wenn bei uns, die unser Geschichtsbild geprägt ist von Auschwitz, also von dem Zivilisationsbruch, dem Massenmord, dem Völkermord, das ist sozusagen, wozu die Sachen zurückkehren. Wenn also ein Krieg gegen einen Saddam Hussein geführt wird, wird er mit Hitler verglichen. Wenn in Serbien ein Krieg ist, dann spricht man von Genozid oder die sprechen jetzt vom Genozid der Chinesen an den Uiguren. Als die Ein-Künd-Politik aufgestellt wurde in China, hat die nicht gegolten für die Minderheiten. Uiguren konnten so viele Kinder haben, wie sie wollten. Das ist eine merkwürdige Art von Genozid, wenn man das so sehen will. Aber das ist nur ein Beispiel. Das heißt, ich will jetzt sagen, für die Chinesen sind die Opiumkriege das, was für unsere Geschichtsbetrachtung Auschwitz ist. Der zentrale Punkt, aus dem sich alles erklärt. Die Demütigung des Landes. Opiumkriege bedeutet die Briten. Ich mache das ganz kurz. Die Briten treiben Handel mit China und die Briten sind verrückt nach Tee. Es gibt ein Tee, kommt rein und die Chinesen lassen sich nur in Silber bezahlen. Und dann ist im Laufe der Zeit, geht das britische Silber, ist in China. Und die Chinesen kaufen keine Waren aus England. Die wollen nichts haben. Die Chinesen kaufen Seide, Porzellan und Tee. Das heißt, es gibt ein riesiges Handelsbilanzdefizit. Und damit die Briten wieder an ihr Silber kommen, damit ihre Staatshaushalte wieder einigermaßen funktionieren, fangen sie an, Rauschgift zu verkaufen, nämlich Opium. Und die Chinesen versuchen dagegen vorzugehen und sagen, ihr zerstört unsere Kultur. Und die Briten sagen, Freihandel. Also wir möchten gerne, es ist so, als wenn Kolumbien sagt, ich komme jetzt mit der Flotte und sorge dafür, dass ich in Los Angeles Kokain verkaufen kann. Freihandel. Und das ist so wichtig, dieser Handelseisnamen aus dem Opium. Das Karl Trocke, empfehle ich, ist ein Buch. Großbritannien ist zu diesem Zeitpunkt, das ist nicht ein Zusatzgeschäft, das ist das Hauptgeschäft. Großbritannien ist ein Narko-Empire. Und deswegen führen die einen Krieg gegen China, zwei Kriege und die Opiumkriege, indem sie durchsetzen, dass die Briten, wir haben die überlegenen Waffen, sie haben die überlegene Marine, dass sie dort die Sachen verkaufen können. Und das haben die Chinesen nie vergessen. Und das haben auch die Inder nicht vergessen. Und das haben die Leute drumherum nicht vergessen. Das heißt, das ist der zentrale geschichtliche Punkt, von dem China aus den Westen betrachtet. Ihre Kultur, die zu diesem Zeitpunkt, haben die Leute in China einen höheren Lebensstandard gehabt als im Westen. Wenn Sie nach Sao Sisi gehen, sehen Sie dort die chinesischen Zimmer. Oder Sie können auch nach Rheinsberg gehen, wo der Friedrich II. in dieser Zeit war es hip, der heiße Scheiß, sich Zimmer in chinesischem Stil einzurichten. Das war, weil es eine sozusagen, war zwar schon konfuzianisch, neokonfuzianisch etwas runtergekommen, aber eine wichtige, wichtige und war eine Macht, also die man bewundert hat für ihre Kultur. Und das ist, also das verstehen, das ist sozusagen die Chinesen betrachten uns unter dem Gesichtspunkt der Opiumkriege, so wie die westliche Welt Deutschland betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Judenvernichtung. Ist immer im Hintergrund. Und jetzt komme ich nochmal Karl Popper. Das kennen Sie auch alles. Also es ist, oder ich nehme an, das ist die Definition von Wissenschaft, die wir heute haben. Intersubjektiv, also wenn zwei Leute das untersuchen, müssen sie zum gleichen Ergebnis kommen. Systematisch, aufgrund von einer wissenschaftlichen Theoriebildung und reproduzierbar. Wenn zwei Leute den gleichen Versuch machen, müssen sie zum gleichen Ergebnis kommen. Nicht nur, weil es die beiden Leute sind, auch in der Zeit nacheinander. Man macht ihn am Dienstag, man macht ihn zwei Monate später, muss das gleiche Ergebnis haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Popper, wie ich Ihnen sagte, er hat viel darüber, das Buch von ihm ist ja die offene Gesellschaft und ihre Feinde, und hat dort gesagt, zum Beispiel auch, was ich Ihnen sagte mit den Wahlen, also mit den demokratischen Wahlen, also ein Vertreter dieser These. Er ist also jemand, der dieses, zum Beispiel gesagt hat, die Art und Weise der griechischen Philosophie. Er ist, Platon ist für ihn der Urheber allen Bösen. Und Platon kommt ja sozusagen, Aristoteles ist quasi in gewisser Weise das Gegenbild, aber ohne Platon gibt es auch keine Aristoteles. Die Gedanken sind alle, sozusagen der, es gibt ja die, von Gadamer ist das, glaube ich, die gesamte westliche Philosophie sind Anmerkungen zu Platon. Also Platon ist schon die zentrale Figur. Und da sagt Popper, der ist an allem Übel der Welt schuld, weil er diesen Historizismus in die Welt gebracht hat. Also die Vorstellung, dass man die Geschichte vorhersagen kann und auch seine Vorstellung, dass man Philosophen, dass die Könige Philosophen sein sollen, Philosophenkönige. Das ist ganz schlimm. Im Gegenteil, also Poppers Argument, wir müssen die Regierung so machen, dass wenn bei uns, ich sage jetzt in meinen Worten, Halumpen in der Regierung sind, dass sie keinen Schaden anrichten können. Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass die besten Leute da reinkommen, sondern wir müssen durch Strukturen, Checks and Balances, Gewaltenteilung dafür sorgen, dass selbst wenn wir Idioten haben oder Verbrecher, dass der Schaden, den sie anrichten, nicht unendlich groß ist. Und dann haben wir über die Wahl die nächste Möglichkeit, das zu korrigieren. Das ist jetzt originär Popper, kritischer Rationalismus. Also das heißt, man setzt auf Strukturen, man setzt auf das Prinzip der Wissenschaft und die ethische Ausrichtung ist nicht wichtig. Das ist ein großer Unterschied zu den Chinesen, wie ich ihn erklärt habe. Die Vervollkommnung der Person ist eine der maßgeblichen Forderungen aus dem konfuzianischen Weltbild. Also das ist Popper, ist ein Gegenbild dazu, das nennt man kritischer Rationalismus, die Philosophie-Richtung. Und die ist aus diesem Individualistischen, sie ist demokratisch, sie ist liberal geprägt. Also Popper ist in gewisser Weise der Stammvater des Westens. Und er war auch der Lieblingsphilosoph von Karl Herrhausen, über den ich jetzt im Sommer mein Buch veröffentlichen werde. Ich habe drei Jahre recherchiert. So, ich weiß, wer es war. Das ist das Problem. Die Geschichte ist nicht schön. Was jetzt rauskommt ist, darüber konnten sie nichts lesen. Es wurde viel geredet darüber, dass es gar keine dritte Generation RAF gab. Es gab eine dritte Generation RAF. Sieht aber anders aus, als wir es jemals gehört haben. Das heißt, die Leute, die sie kennen davon, sind alle Mitglied gewesen. Das sind aber nicht die wichtigen gewesen. Die richtige RAF war in Berlin. Die waren nicht in Westdeutschland. Die haben nur das genutzt. Und Herrhausen ist rausgeguckt worden, ist auch mit großer Begeisterung, als er ermordet wurde. Was kompletter Wahnsinn ist, weil Herrhausen eine der interessantesten und, sag ich, vom westlichen Werten durchdrungensten Personen, also öffentlichen Personen dieser Zeit gewesen ist. Was ich sage, hier sehen Sie auf dem Foto, sehen Sie hinten Gorbatschow. Er war ein großer Freund von Gorbatschow, ein Verehrer. Ich komme jetzt gleich noch dazu. Ich bin jetzt ein bisschen drüber. Es wird fünf Minuten länger, aber ich denke, es lohnt sich. Das ist von Herrhausen ein Zitat. Wir brauchen Berichterstattung und Kommentierung der Wirklichkeit, nicht der Unwirklichkeit. Wir müssen sagen, was ist. Bemühen wir uns also um Offenheit. Wir brauchen Glasnost für den Kapitalismus, auch und gerade für den Kapitalismus. Er war begeistert von dem, was Gorbatschow in der Sowjetunion angetreten hat. Und es habe, er hat im Sommer 89, im November, 30. November ist er in die Luft gejagt worden oder getötet worden mittels einer Bombe. Er ist nicht gesprengt worden, aber er ist. Im Sommer hat er ein Treffen gehabt in New York mit Henry Kissinger vor 300 geladenen Gästen, die Creme der deutschen Industrie, die wichtigsten Leute aus den USA. George Soros war zum Beispiel dabei, der übrigens die klügsten Fragen an dem Tag gestellt hat. Also dumm ist der Mann nicht. Herrhausen hat eine Rede gehalten, Kissinger hat eine Rede gehalten, das ist kurz nach Tiananmen. Und Kissinger argumentiert wie ein guter Marxist und sagt, trauen wir doch nicht Gorbatschow über den Weg, das ist nur eine einzelne Person. Der Mann ist ersetzbar, der kann jederzeit abgesetzt werden und dann sind die alten Leute wieder in der Sowjetunion am Ruder und die nutzen die Kredite, die wir ihnen jetzt geben, zum Beispiel aus Deutschland, um mit Waffen uns zu bedrohen. Und Herrhausen hat eine Rede vorbereitet, die ich habe, die hat aber nicht gehalten, sondern er hat frei eine Rede gehalten. Und das ist das, was Sie jetzt links sehen. Das ist ein Notizzettel, den habe ich jetzt aus dem Archiv der Deutschen Bank. Und wenn Sie unten gehen, er beschreibt also, ich komme gleich dazu, was hier unten das ist, G, Hope for the West, Gorbatschow, Hope for the West. West, a hope for Gorbatschow, Fragezeichen, das ist sein Argument. Er sagt, er sagt, wenn wir doch glauben, dass unser System überlegen ist, warum haben Sie hier Angst vor einer Öffnung? Wenn wir glauben, dass wir besser sind, dann müssen wir doch diejenigen sein, eine Öffnung ist das, was uns nutzt. Und er erzählt, er erzählt dann, was er erlebt hat in der Sowjetunion, wie Gorbatschow zu den Betrieben geht und sagt, die Zeit des Zentralismus ist vorbei, Sie treffen jetzt Ihre eigenen Entscheidungen, rufen Sie nicht mehr in Moskau an, überlegen Sie das. Herrhausen sagt, es ist eine einzigartige Chance, er macht einen Plan, den Herrhausen-Plan. Er macht einen Plan und grob gesagt ist es so, dass man das vergleichen kann, er geht aus von der Situation mit Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ehemaligen Erbfeinde arbeiten in der Montanunion in Sachen Kohle und Stahl zusammen. Daraus wird die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Über die wirtschaftliche Kooperation wird aus der Feindschaft eine Kooperation, daraus wird die Europäische Gemeinschaft. Und letztlich treten sie zusammen nur noch auf. Und meine Kinder können sich nicht mehr vorstellen, dass irgendwann mal Frankreich der Erbfeind gewesen ist. Ich habe in New York mal mit einem französischen Arte-Kameramann eine halbe Flasche Wein darauf gelehrt, dass meine Kinder nicht verstehen, von was ich da geredet habe. Meinem Vater ist das in der Schule noch beigebracht worden. Das ist komplett vorbei. Das war das Modell, wo Herrhausen sagte, das können wir erreichen, indem wir Polen helfen aus der Hyperinflation, was Jeffrey Sachs, wo er mitgeholfen hat, das rauszuholen. Und er sollte dann auch in Russland eingesetzt werden, komme ich gleich dazu. Und Herrhausen sagte, wir haben die Möglichkeit, langsam aufbauend, die Wirtschaft wird eine Generation dauern. Wir müssen Manager ausbilden, aber wir müssen treuhänderisch quasi agieren. Das heißt, mit den Russen zusammen eine funktionierende Wirtschaft aufbauen, Vertrauen schaffen über diesen Wirtschaftsaufbau, wie mit den Franzosen. Und dann können wir Gesamteuropa, also das heißt den Eurasischen Kontinent, China war noch nicht wichtig damals, können wir befrieden. Und jetzt habe ich von Peter Gohan, das ist ein britischer Wissenschaftler, hat gesagt, der Plan hätte für alle Vorteile gehabt, nur für eine Nation nicht. So, und was ich Ihnen jetzt zeigen kann in meinem Buch, wenn ich es veröffentlichen darf, falls ich vorher Selbstmord begehe, Sie sind meine Zeugen, ich hatte es nicht vor. Was ich zeigen kann, dass in der dritten Generation RAF mindestens eine Person war, die von der Berliner Polizei als Agent eines amerikanischen Nachrichtendienstes geführt wurde. Also nicht die Amerikaner haben Herrhausen umgebracht, aber sie wussten, dass es anstand und sie haben nichts dagegen getan, sie haben es nicht verhindert. Das ist eine sehr ähnliche Situation wie mit Aldo Moro in Italien. Man kann Terroristen dazu nutzen, Leute zu beseitigen, man hat ja Killer in der Hand und muss nicht, muss nicht, also sozusagen, sie können sie nutzen. Sie haben Leute, die machen Sachen und zum Beispiel bei den Roten Brigaden war es so, dass sie lauter, also die haben ja, die originären Roten Brigaden wollten keine Leute entführen und töten, die wollten Leute entführen und verhören. Dann kam jemand dazu, der dieses Töten eingeführt hat, von dem später klar wurde, dass er vom italienischen Militärgeheimdienst kam, Franceschini, ja, Entschuldigung, Magnetti, Franceschini ist der, der das erzählt hat. Und dann erzählt er, wir wussten, wir haben gemerkt, wir haben da einen Maulwurf bei uns und dann gab es ein Treffen, da haben sich die vier Chefs von den Roten Brigaden getroffen und es kamen aber nur drei und die Polizei. Und der vierte wurde danach der Chef. Und der hat dann die Sache mit Aldo Moro gemacht. Und als es dann darum ging, ob man vielleicht auch Andriotti entführt, wurden sie von der Polizei hochgenommen. Also das heißt, diese Struktur, dass man Terroristen nutzt, um Dreckarbeit zu erledigen, wenn man die Leute im Hintergrund hat, man muss ja nur rausgeben, dass sie die richtigen Leute dafür sorgen oder eben nicht verhindern, dass es passiert. Und Herrhausen wurde gesehen innerhalb der linksextremen Kreise, das sind Anti-Impf, wie sie sich genannt haben in Berlin, als ich habe Interviews mit diversen Leuten, lasse ich jetzt weg, mit diversen Leuten gekriegt aus diesem Feld, unter anderem auch mit Christian Klar, den ich dann gefragt habe, weil er lebt mit einer Frau zusammen, die dazugehörte. Und die hat gesagt, als die Idee aufkam, dass es nicht Herrhausen war, dass es nicht die RAF war, hat sie in der jungen, wie heißt das, junge Welt, junge Welt, hat sie einen Artikel geschrieben, dass sie endlich aufhören sollen, es war die RAF. Also die haben dazu geschrieben, diese Thesen, die dort aufgestellt worden sind, sind alle Quatsch, es waren wir. Und der Grund, warum sie es war, war sozusagen das Argument von Christian Klar war, der Coup kann es egal sein, ob sie gemolken wird und hinterher geschlachtet oder gleich geschlachtet, sie bleibt nie etwas anderes als die Kuh. Und das war sein Argument zu Herrhausen. Und Herrhausen, was an dem so bewundernswert ist, ist, er kommt aus einer Richtung, die es nicht mehr gibt, katholischer, rheinischer Kapitalismus heißt das, hat von der katholischen Soziallehre geprägt, das heißt zu gucken, dass am Ende nicht Shareholder Value, sondern für alle muss etwas rauskommen. Man hat eine Aufgabe für das Gemeinwohl. Das hat er in einem hohen Maße gehabt. Diese Vorstellung, so hat er auch agiert. Ich habe von Norbert Blüm, der hat mir vor seinem Tod, mit dem konnte ich reden, hat mir erzählt, dass er in Chile war. Sie wissen vielleicht, dass Norbert Blüm sich gegen Pinochet gestellt hat, als alter christdemokratischer Gewerkschafter. Er wurde dann bei den Bankers, wurde er immer am Herrenklo positioniert, vor seinem Hotelzimmer war ein abgeschnittener Ziegenkopf und ähnliche Scherze. Und er hat dem Herrhausen erzählt, dass der deutsche Vertreter der Deutschen Bank in Santiago de Chile mit der Militärregierung zusammenarbeitet und Leute ans Messer liefert, die dann verschwinden. Am nächsten Tag war der Mann nicht mehr Chef von der Deutschen Bank in Chile. Das hat Herrhausen gemacht. Herrhausen ist und ist jemand, der auch noch, ich hatte mit Horst Telczyk, konnte ich zwei Interviews dazu führen, der gesagt hat, einer der klügsten Köpfe, die es überhaupt gab, ein brillanter Analyst, sehr schnell, sehr schnell in seine Entscheidung. Und deswegen hätte er nie Politiker werden können, weil für Politiker geht das so nicht. Aber er hat diese Entscheidung getroffen und hatte dann die Möglichkeit gesehen, das, was ich beschrieben habe, umzusetzen. Das heißt, als Wirtschaftsführer mitzuarbeiten an einer Befriedung Europas. Das hat die RAF überhaupt nicht interessiert. Und es hat den Amerikanern, war es nicht das Ziel, das Ziel war, die Exxon-Flagge über den Gasfeldern in Sibirien zu haben, den russischen Bär zu erlegen, auszuweiden und als Fell an die Wand zu packen und zu sagen, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Für Herrhausen war es die Möglichkeit, eine stabile Friedensordnung in Europa zu schaffen. Dann hat er noch Morgan Granville gekauft, die britische Investmentbank. Die deutsche Bank war nicht im Investmentbanking tätig. 1988, ein Jahr vor seinem Tod, die 25 größten der Banken der Welt. 18 davon sind japanisch. Sie erinnern sich vielleicht, Japan war mal das, was China heute ist. Japan, und da war Nummer 11, war die deutsche Bank, aber die war so eine Art Sparkasse, internationale Sparkasse. Die hat die deutschen Erdgasröhnen-Geschäft zum Beispiel finanziert, was auch. Da gab es eine Delegation aus der Reagan-Regierung, die zur deutschen Bank kam und gesagt hat, das macht ihr nicht. Geht nicht sowas. Jetzt zu Nord Stream 2. Diese Geschichte ist 50 Jahre alt. Das gibt es in Reihe. Ich habe in meinem Film, wie die Jamal-Pipeline gesprengt wird von den Amerikanern. 1982. Also das ist eine Geschichte, die lange läuft. Und da war, Herrhausen hatte vor, wie gesagt, diese Sache zu befrieden unter diesem Gesichtspunkt. Und er kauft Morgan Granville, also eine, das ist von JP Morgan, Investmentbank. Und diese Bank hat 80 Prozent der sowjetischen Auslandsschulden. Die Sowjetunion beginnt in den Monaten März und April, wird sie zum Schuldner. Das heißt, sie ist nicht mehr in der Lage, ihre Kredite zu bezahlen. Und er hat jetzt auch noch, er tritt tatsächlich für Schuldenschnitt ein, hat er die britischen Auslandsschulden in dem Ding, was er gekauft hat. Und er taucht nochmal als Konkurrent im Investmentbanking auf. Und er, wenn er, er tritt ein für den Schuldenschnitt in Mexiko, der, wenn er durchgesetzt worden wäre, einigen amerikanischen Banken den Garaus gemacht hätten. Nicht der deutschen Bank. Die war solide genug, um das zu überstehen. Das ist der Hintergrund, von dem Sie nichts gehört haben. Ich habe so eine dicke Biografie über Herrhausen, die ist rausgekommen zu seinem 30. Todestag. Kein Wort über Japan drin und nur zwei Seiten über Russland. Er hat außerdem noch vorgehabt, eine osteuropäische Entwicklungsbank zu gründen. Die Unterlagen gibt es im Archiv der Deutschen Bank, um so eine Art Marshallplan hochzuziehen für die gesamte osteuropäische Welt. Also das ist der Hintergrund für Herrhausen. Und das, um das zu sagen, das ist ein Interview, was ich gemacht habe. Herb Mayer war Special Assistant des CIA-Chefs. Und er sagt hier, um das mal zu erläutern, er sagt, müssen Sie sich vorstellen, das war mit Reagan und Gorbatschow so. Gorbatschow symbolisiert die kranke Sowjetunion, die im Krankenhaus liegt, auf der Intensivstation mit piependen Geräten. Und dann kommt Reagan an und legt ihm väterlich die Hand auf die Schulter und sagt, alles wird gut. Alles wird gut. Vertraue uns. Während er ihm mit dem Schuh den Sauerstoffschlauch abdruckt und ihn tötet. Und dann lachte Herb Mayer. Das ist die Attitüde von den Leuten im Hintergrund. Für die war Gorbatschow ein nützlicher Idiot. Die haben ihn nicht betrachtet als jemanden, mit dem man, man hätte eigentlich, wenn sie es wollen, hätte man die Atomwaffen abschaffen können. Das wollte auch Reagan. Die haben ja angefangen, die Mittelstreckenwaffen. An dieser Stelle, deswegen bezeichne ich das als Verrat. Und zwar ist ein Verrat, weil es die Möglichkeit gab, die Nuklearwaffen zu beenden. Wenn jemand das für aberwitzig hält, denken Sie an die Sklaverei. Die Sklaverei konnte man auch abschaffen. Denken Sie an Quincy Adams, was ich Ihnen gezeigt habe, der an der Stelle wenigstens mitgemacht hat, wo er konnte. Nämlich bei der Amistat-Geschichte. Es ist nicht unmöglich, diese Sachen zu regeln. Jetzt nicht mehr. Und jetzt haben die auch gelernt, sowohl die Chinesen als auch die Russen, das können Sie sich angucken, dem Westen wird nicht mehr getraut. Putin sagt Imperium der Lüge und die Chinesen haben ein Papier rausgegeben, in dem sie zum ersten Mal mit brachialen Worten beschreiben, dass sie dem Westen nichts mehr zutrauen. Das erste Ding ist, den Dicken markieren, ist die Überschrift des ersten Kapitels. Und dann kommen die ganzen Untersuchern und sagen, das sind Leute, die lügen. Sie lügen. Man kann sich nicht auf ihre, sie sagen 1972, 1978, 1986, ein China und jetzt kommen sie und drehen das wieder um. Sie haben bei Gorbatschow gesagt, kein Inch ostwärts. Halten Sie sich nicht dran. Das heißt, das ist der Ruf, den wir mittlerweile haben. So, das wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Da sagt Jeffrey Sachs, einer der Whistleblower, die wir jetzt haben, einer der vernünftigen, ehrenwerten Männer, die die Wahrheit sagen, auch wenn es wehtut und auch wenn es für ihn keinen Vorteil mehr bringt. Der erzählt hier und sagt, als ich, er ist ja einer der Top drei Wirtschaftswissenschaftler in der Welt. Es hat in die Hyperinflation in Bolivien, ist er geschickt worden von der Weltbank. Also er war ganz oben, ganz oben in diesen neoliberalen Kreisen auch. Also Topmann hat dann in Polen die Hyperinflation beendet, die Slotty-Krise und dann war er bei Jelzin. Und dann beschreibt er, sagt er, das war in Polen, sind alle meine Vorschläge sofort umgesetzt worden. Innerhalb von 48 Stunden gab es einen 8 Milliarden Dollar Kredit damals, aufgrund von einem Telefonanruf. Aber in Russland hat nichts funktioniert von dem, was ich vorgeschlagen habe. Er hat diese Schocktherapie, das hat Naomi Klein beschrieben, das ist von ihm, also wird er immer für einen, für so einen, sag ich mal, Klaus Schwabmann gehalten. Ist er nicht. Und dann hat er es beschrieben und hat gesagt, und ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass man Russland behandelt hat, wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in den Versailler Verträgen. Das gab keine Absicht. Das schreibt er hier. In Step by Step, Schritt für Schritt und Memoiren, Memoiren für Memoiren kam die wahre Geschichte als Licht. Der Westen hatte Polen geholfen, finanziell und diplomatisch, weil Polen der ostliche Frontstaat wäre und bei der Erweiterung der NATO geholfen hat. Polen war der Westen und deswegen war er wert, dass man ihm half. Russland, im Gegenteil dazu, wurde von den amerikanischen Führern ungefähr so gesehen, wie Lloyd George und Clemenceau Deutschland in Versailles betrachtet hatten. Als ein geschlagener Feind, der wert ist, dass man ihn zerstört, nicht ihm hilft. Das ist der Hintergrund. Da gehört auch die Herrhausen-Geschichte von mir mit rein. Das mache ich jetzt ganz schnell. Dieser Mann hier ist, glaube ich, der beste Politiker, der bisher auf unserem Erdball gelebt hat. Wenn ich dafür denken würde, da ertappe ich mich dabei. Ich würde mir wünschen, dass der für ein Jahr Diktator gewesen wäre. Der Mann war so ehrenwert. Das ist ein Philosophenkönig. Das ist jemand, das ist darauf, wo ich heraus will. Dag Hammarschöld war die Personifikation des ehrenwerten Mannes. Das war, das ist quasi makellos, was er getan hat. Und das sind einige von den Sachen, die er gesagt hat. Respekt vor dem Wort ist das erste Gebot in der Disziplin, durch die ein Mensch zur Reife erzogen werden kann, intellektuell, emotional und moralisch. Respekt vor dem Wort ist mit größter Sorgfalt zu nutzen und mit unbestechlicher von Herzen kommender Liebe zur Wahrheit. Das ist unverzichtbar für den Fortschritt in einer Gesellschaft oder für die Menschheit. Lass nie den Erfolg seine Lehre verbergen, die Leistung ihre Wertlosigkeit, das Arbeitsleben seine Öde. Behalte den Sporn, um weiterzukommen, den Schmerz in der Seele, der uns über uns selbst hinaus treibt. Nur der verdient macht, der sie täglich rechtfertigt. Sie können angucken, er hat einen wunderbaren Gedichtband geschrieben. Wegmarken heißt er im Original. Zeichen am Weg auf Deutsch. Wegmarken ist eigentlich der Pfahl, der ihnen sagt, wo sie lang gehen wollen. Und dieser Mann ist in einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen. Wenn Sie rechts das Foto gucken, sehen Sie so ein Halsband und etwas Weißes da drin. Er hatte einen Pikass, hat man ihm da reingesteckt. Pikass ist das Zeichen von Auftragskillern für den Ermordeten. Und es gibt immer noch, es läuft zurzeit wieder eine Untersuchung, weil Hammerschöld ist nicht in einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen, sondern er ist beseitigt worden. Und er ist beseitigt worden, weil er tatsächlich, die Russen, die Sowjets haben ihn auch nicht geliebt, die Amerikaner schon gar nicht. Er war der Vertreter der Idee, dass in der Vereinten Nationen jeder Staat eine gleiche Stimme hat. Dafür stand er. Zu dem Zeitpunkt, als er Generalsekretär war und man hat damals ihn zum Generalsekretär gemacht, in der Hoffnung, dass das ein Beamtenposten ist. Hören Sie sich das mal an, Generalsekretär. Und dann fängt er an und macht da richtig und ist erfolgreich. Es gab dann den Satz, lass das den Dark machen in der UN, weil der hat wirklich Traktion gehabt, der hat Erfolg gehabt. Und das ist jemand, der dann, zu dem Zeitpunkt waren 50 der 100 Länder, die in der UNO waren, waren ehemalige Kolonialstaaten. Und die setzten alle auf ihn. Das heißt, er hat aus der UNO gemacht, den demokratischen, den Apparat und er hat die Blauhelme entwickelt in der Suezkrise als Möglichkeit, mit Militär den Frieden durchzusetzen. Das wäre ja die Lösung gewesen in Richtung Immanuel Kant zum ewigen Frieden. Also, dass man so etwas hat wie im Staatsinneren, dass man die Nutzung von militärischer Gewalt zu machtpolitischen Fragen durch Vereinbarung unterbricht und das so handhabt, wie die Polizei im Inneren eines Landes die Gewalt ausübt. Nämlich kontrolliert aufgrund von rechtlichen Vorgaben und aufgrund der Vorgaben der Gerichte. An dieser Sache Hammerschild hatte vor, Berlin zur Hauptstadt der UNO zu machen. Also dieses Inseldasein in Berlin als Symbol zu nehmen, also aus den Vereinten Nationen weg. Ich komme, ich bin zu weit hier in der Zeit, aber das ist ein so ehrenwerter, egal was ich von ihm lese. Es ist so empörend, wenn man sieht, was da für eine Möglichkeit, was da für jemand war. Sein Vater war mal Ministerpräsident in Schweden, seine Mutter war sehr christlich geprägt, also eine protestantische, wie soll man das sagen, Gesinnungstäterin. Sein Vater war ein hoher Politiker, der nicht besonders erfolgreich war. Und Dark Hammerschild ist sozusagen das, was, wenn man jetzt von einem Philosophenkönig sprechen würde, von jemand, der diese konfuzianischen Ideal, also das heißt auch noch Dichter und dass die ganze Zeit davon redet, wie er sich selbst als Person in aller Bescheidenheit sozusagen weiterbringen kann, dann ist er das. Jetzt komme ich ganz zum Schluss, will ich Ihnen zeigen, China, wenn Sie sich das angucken oben, wenn Sie den zweiten Balken sehen, das ist die Frage, ob das Land sich auf der richtigen oder auf der falschen Richtung in die Zukunft befindet. Und das Land oben, was Sie sehen, die ist etwas älter, die ist von 2017, es gibt keine neuere. Es sind in China 10 Prozent Glauben auf dem falschen Weg und 90 Prozent auf dem richtigen. Das sind die Zahlen, die ich Ihnen sagen wollte. Das heißt, die Zustimmung der Bevölkerung zu der Politik ist hoch. Wenn Sie runtergehen hier, haben Sie hier zum Beispiel USA, 65 Prozent Glauben auf dem falschen Weg, 35 auf dem richtigen. Aber Sie sehen, in China ist das massiv. Und das liegt natürlich daran, dass es aufwärts geht für die Bevölkerung. Also das ist so wie in Deutschland 1963 oder 65. Wenn Sie da gefragt hätten, ein Wirtschaftswunder, ist es kein Wunder, dass die Bevölkerung das so sieht. Das ist Vertrauen in die Regierung. Das wird international erhoben von Edelmann Trust Barometer, immer über Umfragen in den Ländern, die sie selber durchführen. Und dann sehen Sie, das höchste Vertrauen der Bevölkerung genießt China. Und dann gucken Sie mal, wo die USA sind, hier. Ja, das sind, selbst wenn Sie sagen, Messwert von 15 Prozent, das ist sozusagen die Regel in den Sozialwissenschaften. Sie sehen entweder gleich was los ist an den Zahlen oder wenn Sie anfangen müssen zu rechnen, können Sie die Studie vergessen. Aber hier sehen Sie, was los ist. Vertrauen in die Medien. Die Edelmann Trust Barometer geht, Vertrauen in die Regierung, Vertrauen in die Medien, Vertrauen in die NGOs, Vertrauen in die Wirtschaft. Das sind die vier Sachen, die in allen Ländern abgefragt werden. Hier sehen Sie Vertrauen in die Regierung. Wieder China Nummer eins mit plus zehn Prozent. Letztes Jahr, das hier ist vom letzten Jahr. Sehen Sie USA minus sechs. Sehen Sie hinten, wie das aussieht. Das heißt, das Vertrauen in die Form, die wir als westliche Werte, als Idealform einer Staatskonstruktion sehen, von der Bevölkerung ist die Zustimmung dazu nicht hoch. In China ist sie aber hoch. Und das ist dieser konfuzianische Anteil. Das heißt, da gibt es keine Wahl. Ja, aber das heißt nicht, dass niemand sich dafür interessiert, was die Bevölkerung sagt. Das wollte ich Ihnen vermitteln dabei. Das heißt, gucken Sie sich das anders an, versuchen sich zu informieren. Es gibt ein sehr gutes Buch von Stefan Baron. Stefan Baron war Konzernsprecher der Deutschen Bank, war Chefredakteur der Wirtschaftswoche, hat für den Handelsblatt und Spiegel gearbeitet. Ist jetzt also nicht verdächtig, aus dem Ken Jebsen-Universum zu kommen. Gibt mir auch kein Interview davon abgesehen. Aber Stefan Baron hat einen, das heißt die Chinesen, hochgelobt von Sigmar Gabriel und Heinrich von Piera, das Buch. Es ist fantastisch, wenn Sie einen Überblick und verstehen wollen, was in China los ist. Und das Buch ist verkauft worden mit, ich weiß nicht, 70 oder 90.000 Exemplaren. Überall Rezensionen. Und dann hat er ein zweites geschrieben, das heißt Ami Go Home. Das ist die Konsequenz daraus, wo er sagt, wir müssen uns neu positionieren. Die Amerikaner nach Hause schicken mit ihren Militärbasen. Wir müssen mit Russland gut auskommen. Wir müssen mit China gut auskommen. Wir müssen auch mit den USA gut auskommen. Aber es gibt keine Interessenidentität mehr. Es ist nicht so, dass wir dieselben Interessen haben. Und wenn wir überleben wollen, müssen wir uns unabhängiger machen. Also irgendwo dazwischen. Und unser Standort ist Eurasien. Dort sind wir. Wir sind diejenigen, die neben den Russen wohnen. Wir haben andere Interessen als die Amerikaner, für die ein Krieg in Europa gar nicht so schlecht ist. Im Moment ist es ja so, dass die großen Konzerne kriegen Lockangebote aus den USA für die Leute, die in Deutschland arbeiten, die können hierbleiben. Die werden das ausbaden. Die Konzerne werden das hinkriegen. Die haben sechs Standorte international oder acht. Wir aber nicht. So, China, der Unterschied in dem Vertrauen ist so groß wie noch nie. Das ist das Ergebnis von dieser Studie, lasse ich Ihnen weg. Der Grund ist, dass China ganz klar auf dem Aufstiegenden Astis, Belt and Road Initiative. Das ist die wirtschaftliche Kooperation. Und ich bin zwei Minuten noch. Ich bin schon anderthalb Stunden lang. Ich habe gewarnt. Okay. Straße von Malacca. Das ist hier unten. Wenn Sie das sehen, hier, da gehen 25 Prozent vom Seehandel durch. Da sind die Amerikaner immer dabei, ob man das spricht. Da gibt es extra Regeln, Schiffe, die nur eine bestimmte Größe haben dürfen, um da durchzufahren. Das ist einer der Gründe, warum das südchinesische Meer so wichtig ist. Und das sind jetzt die westlichen Werte. Ich habe einen Vortrag gehalten vor der amerikanischen Botschaft zu Julian Assange. Die Sache der Meinungsfreiheit ist mittlerweile an der Straßenecke für 10 Dollar zusammen mit der Crackpfeife zu kriegen. Hat keine Bedeutung mehr. Aber diese Woke-Fahne darunter. Ich halte also einen Vortrag über Julian Assange und gucke mir die ganze Zeit diese Fahne an. Das ist das Wichtigste. Wenn der Kapitän des amerikanischen Raketenkreuzers, der die erste Salbe auf China abfeuert, ein schwarzer Transsexueller ist, ist die Welt gerettet. Dieser Mann ist der Beweis, dass das mit den ewigen westlichen Werten, mit der Meinungsfreiheit, Ausdrucksfreiheit war, nicht mehr gilt. Das habe ich Ihnen gezeigt, wenn Sie Ihren Kindern erklären wollen, wir sind hier alle zu alt, wie wir hier sitzen. Wir haben die junge Generation nicht, die das nicht kapiert. Die kapieren das vielleicht so. Denn das ist sozusagen der Ehren, der Mann mit den römischen Tugenden in dem Konflikt, mit dem Mann, der die römischen Verfall, die römische, sozusagen die, wie heißt das, Dekadenz, die römische Dekadenz symbolisiert. Das steht gegeneinander. Und es gibt kein römisches Reich ohne römische Tugenden. Und das ist das, warum ich am Anfang das mit Popper und Konfuzius, wir müssen zu diesen Grundideen zurückkehren. Das ist wirklich die Grundidee des ehrenwerten Politikers. Nicht die Cleverless, nicht die Spin-Doktoren, nicht die Machiavellisten, die mit sozusagen Methoden versuchen, die niemand erfahren darf, die eine Pipeline in die Luft springen und hinterher sagen, es waren aber zwei ukrainische Taucher, ein Pudel und noch drei Leute von Hertie, die Flossen geliefert haben. Das Letzte, was ich Ihnen sagen will, das ist die nächste große Gefahr. Die nächste große Gefahr ist die Computertechnologie, künstliche Intelligenz, was damit zu tun hat. Ich verstehe es selber noch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist so groß. Und das ist nicht das Thema China und nicht das Thema USA. Das ist ein Thema jenseits davon, wo wir also quasi in Strukturen, also in diesem Denken von Strukturen und das, was dagegen steht, ist für mich das hier. Da kommen Sie her. Das ist Kunst. Das ist vor allen Dingen nicht den alten Mann hier nur, sondern Josef Beuys. Das heißt, man könnte es auch so sagen als Schlusswort, die bisherigen Anthroposophen haben die Dreigliederung nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie umzusetzen. Danke.